Was ist eigentlich griechisches Pech? Bleibt dran, ich erkläre es euch kurz. Hallo, herzlich willkommen, ich bin Uriah Schöpnagel, dein Cello-Coach. Was ist eigentlich griechisches Pech? Also Pech nicht von Unglück, sondern von Teher, Pech, Teher, was man im Mittelalter über seine Feinde geschüttet hat. Griechisches Pech. An der lydischen Küste lag die Stadt Kolophon. Es war ein antikes Handelszentrum, wo auch das Kolophonium oder das griechische Pech gehandelt wurde. Wir benötigen dieses Kolophonium, was wir auch Harz nennen, um die Pferdeschweifhaare, die Haare am Cello-Bogen einzureiben. Es hat eine Vielzahl von verschiedenen Harzen, von verschiedenen Kolophoniums für die Streichinstrumente. Jedes Instrument hat seine eigene Rezepte, seine eigene Zusammensetzung. Es gibt weichere und härtere Harze. Für die hohen Streicher, für die Geiger gibt es andere als für den Kontrabass. Und natürlich auch für das Cello gibt es eine Vielzahl an Firmen und Zusammensetzungen. Ich habe jetzt mal ein französisches von der Firma Guillaume. Schaut doch mal auf meiner Seite, classicwetshop.de, mein Musikalienhandel. Ich habe da auch einige Kolophonien für Cello, die ihr da auch gerne bestellen könnt. Ja, die sind oft in so kleinen Döschen verpackt. Also das Harz wird geholt von den Nadelbäumen, wird dann gekocht, kommen Rezepte rein, eine spezielle Zusammensetzung und wird dann abgefüllt. Und man holt es dann raus aus der Verpackung. Es ist wichtig, es nicht mit den Fingern anzufassen, weil unsere Finger sind ja immer ein bisschen fettig. Und fett rutscht, ja. Aber wir wollen ja unsere Pferdeschweifhaare klebrig haben. Insofern ist da oft so ein schönes Stofftuch drumherum, wo man es anfassen kann. Und dann innen drinnen, ihr seht schon, dieses wurde schon viel verwendet. Innen drin ist dann das Harz. Ihr spannt die Pferdeschweifhaare, die Haare am Cello-Bogen und jetzt fahrt ihr, vielleicht fangt ihr am Frosch an, und fahrt mit einem sanften Druck die ganzen Haare entlang. Oder ihr macht immer kleine Bewegungen, vor allen Dingen an den Rändern, als es an den Haaren ein bisschen kleben bleibt. Also ihr da ein bisschen Kolophonium, ein bisschen griechisches Pech drauf bekommt. So, wichtig ist, zu viel ist auch nicht gut. Also wenn ihr zu viel habt und dann streicht und dann staubt es am Steg, dann habt ihr definitiv zu viel drauf gemacht. Dann ist es möglich auch wieder zu reduzieren, wenn ihr einfach mit den Fingern, gut, einen Tod muss man sterben, ist halt ein bisschen fettig, wieder die Haare ein bisschen bewegt, sodass es wieder ausstaubt. Wie oft muss man das machen, ist natürlich abhängig, wie viel ihr übt. Wenn ihr einmal in der Woche übt, reicht es wahrscheinlich alle drei Wochen. Wenn ihr jeden Tag viel übt, müsst ihr vielleicht jeden zweiten Tag das schon ein bisschen drauf machen. Also nach und nach wird man so ein Gefühl bekommen, wie oft man das machen muss. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert geben. Abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Ich freue mich auf den nächsten Video mit euch. Euer Cello Coach Uriel Stülpnagel. Alles Gute.